einen wunderschönen guten tag meine liebe youtube-gemeinde ich bin der zocker und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu der forrest so wir sind immer noch hier wo wir letztens stehen geblieben sind und ich weiß noch immer nicht wo es rausgeht ich weiß nicht wo ich bin das ist unser ende und als verdammt laut geht's hier raus wir müssen raus wir müssen unbedingt raus ich will hier nicht mehr sein es ist so laut ich war angst oh gott was hast du für ein verkacktes feuerzeug warum habe ich keine verkackte taschenlampe wieso ist mein leben so schlecht an hier führt der weg nach oben ich weiß nicht immer in der letzten folge nicht weg runter oder klar da war ziemlich schlafplatz genau hier ich kann mir das noch mal anschauen pass auf kann ich auf die knie gehen was ist das was ist das ich erkenne das nicht ist das für ein dreck hat die mir hierhin gekackt oder was soll das sein okay gut warte mal wir sind so hier runter geht es hier noch worauf geht es hier weiter ich höre doch den luftzug ihr könnt mir nicht vorwaschen ich werde ich kann es hören einen luftzug ich spüre ihn es geht hier anscheinend hoch oh ja aha 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 was haben wir hier hände ich höre die schweine hände hier ich bin steady okay warum haben wir da sowas dahin bat ich bin etwas nervös okay das ist alles ein bisschen bisschen nervös der spalt aha hungry i'm so hungry warum kriege ich warum habe ich immer so viel hunger ich sehe ich what the fuck was war das alles lang und es ist finster aber hey aber hey lang wir sind draußen wir sind frei frei wie ein vogel so frei wir haben es geschafft wir haben es geschafft oh ich glaube ich werde verfolgt werde ich verfolgt verfolgt fuck scheiße oh nein das ist die basis von denen scheiße ich ist da wer auf den scheiß scheiße ich tue nur so weißt du ich habe überhaupt keine angst eigentlich habe ich bolster steel okay war ein häschen tücher tücher kann ich brauche boah ich denke wir waren hier oben schon oh geil hier kann man was trinken verdrecktes wasser ich liebe es genauso wie früher bei mama ist hier oben was waren wir hier oben schon ich habe keine ahnung ich müsste echt pennen gehen ist zu finster hier anscheinend war mir hier oben noch gar nicht obwohl außer das ist neu gespawnt alles flair und dennis ball und holen fuck wir sind hier nicht alleine aber die würden dort auch nicht drauf kommen oder die haben ja die haben ja Schiss die würden sich das niemals tragen machen scheiß drauf wir gehen wir gehen wir gehen einfach irgendwo hin ich renne jetzt einfach mal blind durch den wald richtung nein das ist die spalte denke ich dieser speicherplatz okay es wird schon wieder ein bisschen heller das ist gut okay okay es ist alles cool es ist cool wir werden nicht verfolgt okay das war die base war ja gar nicht weit weg haben wir schon häschen nein weil ich glaube am strand kommen einfach keine hasen was ist für ein dreck so unlogisch ich meine auch hasen wollen mal schwimmen gehen ja gut ne passte slime hat er dann speichere ich hier jetzt da finde ich geil dann speichern wir das hier und vielleicht geben auch noch ein bisschen pen an damit es dann richtig schön hell ist logischerweise mit der fackel in der hand gehen wir jetzt schlafen gell in der nacht ich habe Angst im dunkeln und ich werde mich bewaffnen mit diesem ding hier das feuerzeug wegpacken und alles cool hat es geregnet die nacht ja geil oder wir haben trinkwasser endlich nicht viel aber doch das feuer machen wir anders als kommt ja alles cool alles cool ich bin noch etwas verschnupft das tut mir ein bisschen leid aber so ist das leben so ich habe hier noch fisch aber der ist schon lange nicht mehr gut aber egal das muss reichen jetzt da ganz ehrlich und ich werde ich werde ich werde irgendwann mal googeln wie man dieses spiel durchspielt denke ich aber das hat zeit weil ich denke wenn ich es durch habe spiele ich es nicht mehr nachher um nur so irgendwas aufzubauen ich denke das wird nicht passieren obwohl obwohl vielleicht schon ich meine selbst ist so da spielt man ja auch nicht durch und ich zock sie immer noch ja ja komm schluck es runter einfach so aber was wir machen können ist uns ein schönes fleckchen suchen weil mir wurde ja gesagt nicht am strandbahn weil die kommen dazu oft ist deshalb mal schön irgendwo ein riesen fleckchen suchen hier zum beispiel gar nicht mal weit weg vom strand da habe ich sogar schon zum speichern hier ist eine höhle hier gut ich glaube das immer vor ein rein oder und das sahen ich weiß nicht okay dann doch nicht hier wir rennen mal in die richtung ich denke da waren wir noch nicht weil ich hier keinen speicherpunkt sehe einfach mal in die richtung rennen einfach mal in die richtung rennen ähm nehm mal mit oh nein das ende der welt ja super jetzt renne ich doch in gras ich glaube wirklich wirklich permanent in gras herum in dem spiel keine orientierung hier unglaublich ok ok ich dachte ich hätte gehört aber ne alles cool alles leihwand nix passiert da ist bambi aber das interessiert mich grad nicht ein stein kann ich nicht nehmen fuck ich wollte ihn aber haben hey ist aber auch schön da ne also wurscht ich brauche ich brauche keine ahnung was braucht man denn eigentlich alles um Timmy zu finden ne also das katana sollte ich finden das wäre geil anscheinend die katana wäre richtig geil denke ich aber sonst ich weiß nicht die zeichnungen reichen die ich glaube ein spielzeug von Timmy müsste ich finden irgendwo was ich da vorher in der höhle gefunden habe keine ahnung weil ich habe es nicht erkannt hier sind fast keine bäume hier wird man nichts bauen denke ich obwohl hier kann das sein dass irgendwo irgendwo hier Flugzeug wo da ist ja fast gar nichts her wo alles gut ist passiert alles gut ist passiert wo 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 Können die Kannibalen eigentlich schon schwimmen? Oh, oh fuck. Ich würde mich eigentlich... Dann baue ich mal ein Hausboot, wenn die nicht schwimmen können. Dann ist es safe. Oh, da ist ein Zelt. Nein, das ist ein Stein. Du Idiota. Ja, ich zelte auch immer in einen Stein, weißt du? Ich lege mich hin und lasse einen Stein auf mich drüber rollen. Und dann schlafe ich schön. Schön kuschelig. Aha. Aha, da ist gar nichts. Aha, interessant, jo. Keine Ahnung, ich glaube, ich zocke viel zu viel arg. Ich sehe überall Dinos. Scheiße, geht die Sonne jetzt schon wieder unter? Ah, hey. Ist da hinten was? Sorry. Ich glaube, ich sehe da irgendetwas. Könnte auch nur ein Stein sein. Fuck, fuck, fuck. Was ist denn? Oh Gott, die kleinen Viecher da. Ich kacke mich an. Ne, es wird nur Sterne. Was ist los, Alter? Die sind zu lang. So, ich habe gesagt, hier bauen wir uns dann kurz mal einen kleinen Schlafplatz zum Speichern und zum Schlafen, denn es wird wieder finster und ich habe echt keinen Bock in der Nacht herumzulaufen. Hier sind eh genug Bäume und Äste, denke ich. Krieg mal hin, krieg mal hin. Krieg mal hin. Nur sowas Kleines hier. Da, 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 da. Kann ich nicht einfach E gedrückt halten? So, perfekt. Das war nix. Wo ist noch was? Es ist sehr finster, ich sehe das nicht. Perfekt. Oh Gott, ich darf nicht schlafen. Ernsthaft? Was ist das für ein Blödsinn? Wieso darf ich nicht schlafen, ihr verdammten Arschlöcher? I hate you. Ja, genau. Der Arzt hat schon vorher angefangen zu brennen, bevor ich überhaupt mit dem Feuerzug hingegangen bin. Super. Ich habe die Macht. Ich habe die Macht. Scheiße, ich möchte schlafen. Ich möchte schlafen. Es ist ja urschnittfinster worden. Ich möchte schlafen. Ah, ich hätte gern irgendwie ein schönes Bild. Keine Ahnung. Ja. Ich erkenne halt überhaupt nichts. Oh ja, da ist ein Zelt jetzt da. Ein Campingplatz. Pass auf, da schwimmen wir rüber. Da findet man sicher was Interessantes. Oh Gott, Alter. Ich kacke mich da richtig ran. Da ist eine Bibel. Die kann ich voll brauchen. Gib die her. Kann ich hier nicht pennen? Kann ich hier einfach ran? Oh, da ist was. Ein Kreuz. Ich habe das Kreuz gefunden. An nomini padre, it's fidi, spiritus sancti, amen. Keine Ahnung. Komm ich hier ran? Ist hier was drin? Da kann ich nicht pennen, ne? Ah, schmoren, 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 schmoren. Ich krieg so verdammt schnell Hunger. Das ist unglaublich. Zum Glück habe ich noch so viele Tücher. Bambi! Oh, da ist noch ein Zelt. Ich komme hier nicht rein. Liegt hier irgendwo was Interessantes? Na? Ne. Ja, 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 ist lang. Was war das? Das war komisch jetzt, oder? Da gehen wir hin. Wie gehen zu diesem komisches? Zu diesem komisches? Oder was ist das? Das ist nicht so ein Elich oder so, der grad voll geil ist. Also, ähm, ja, Nervous Days. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ein Paarungsruf. Die Richtung, ne? Ach Gott, kann's nicht heller werden, bitte? Fuuuck. Ah, du bist lustig, Hörner. Ich glaube, hier oben bin ich safe. Fuck, die Sonne soll aufgehen. Le, 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 le. Oh, 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 er kommt hier nicht hoch, oder? Er ist dämlich dafür. Blöde, ich sehe ihn nicht. Da ist er. Oh ja, geil, Alter. Es blitzt. Es regnet. Jetzt kann ich furzen gehen, glaube ich, mit der Fackel, oder? Wurscht, ich bin bereit, soll er herkommen. Komm, komm her. Ja, komm hoch. Er kann hier nicht hoch, denke ich. Er hat echt keine Chance. Er kann nicht hoch. Nee, er kommt nicht hoch. Ich könnte jetzt hier stehen bleiben, bis morgen vielleicht. Bis die Sonne wieder aufgeht. Nee, er kommt nicht hoch. Easy. Brauche ich mal keine Sorgen machen. Ich könnte erfrieren. Hä, 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 hä. Oh, fuck. Schwan, hab ich... Ich hab doch nichts. Oh, jetzt weiß ich, was das ist. Ich mein, so erkennst du ja nichts, weil ich da irgendeine komische Einstellung drin habe. Aber das ist sie von der Actionfigur. Der Kopf. Okay, ist gut. Ähm. Ich hab keine Stickies. Nix. Nein, du sollst nicht alle verwenden. Bist du dämlich. Das reicht. Da gehen wir hin und boxen den Typen tot. Hoffentlich. Der ist schnell. Der ist verdammt schnell. Perfekt, den haben wir gekillt. Kann ich das doch mal aufheben? Mann. So, okay. Ist cool. Wir brauchen Stickies unbedingt. Pass auf, ich nehm so was in die Hand. Nee, blöde Idee. Irgendwo Stickies hier im Boden. Ähm. Ich würde keinen Speichern und Schlafen gehen. Ich glaube, ich werde erfrieren. Gar nicht geil. Okay. Wir könnten hier Stickies zahlen. Ich brauche Stickies. Nein, jetzt ist nicht noch einer. Ja, bringt ja nix im Regen. Ist mir klar, aber ich brauche doch... Licht, ich seh nix. Schmoren. Oh, kein Bock jetzt, dass da jetzt noch einer kommt. Wow, 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 wow. Es sind sogar zwei, oder? Kann das sein? Oh, kein Bock. Verpiss dich, wo bist du? Bist du das? Nackter Mann? Die verfolgen mich, Anna. Oh, kein Bock auf die. Schmon, 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 schmon. Gott. Die Nacht ist echt hardcore. Und ich seh nix. Ich seh echt nix. Ich weiß nicht, wo Stickies sind. Ah, hier. Wo bist du? Wo bist du? Pischer, komm her. Komm her. Da ist er, okay. Perfekt, war's das? Okay, dann machen wir das jetzt so. Ich beende den Part hier. Ich weiß nämlich nicht, wie lang das schon geht. Und ich hab echt keinen Bock jetzt da. Ich muss mir ein Speicherplatz suchen. Es geht nicht anders. Ha. Trotzdem, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut. Harte Ryan und immer brav zu sein. Tschüssi. 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 Tschüssi.